Und hier das Neuste zum aktuellen Stand am Milchmarkt. Die Preiskaumilch bezahlt 22,5% im Grundpreis bei 3,7% Fett und 3,4% Eiweiß. In acht Ländern in Europa beteiligen sich Milchbauern am Milchlieferstuck. Aber die Presse berichtet kaum. In Deutschland wird höchstens berichtet, was im Umfeld passiert, in der näheren Umgebung. Aber dass in Frankreich, in den Luxländern, sogar in der Schweiz, Österreich, Italien, auch gestreikt wird, wird kaum berichtet. Ob das mit unserem Wahlkampf zusammenhängt? Man weiß es nicht. Das waren die neuesten Nachrichten von Milchmarkt.